Das Meistertum Liefland war ab 1237 seit der erzwungenen Eingliederung des Schwertbrüderordens als Liefländischer Orden in den Deutschen Orden. Ein Bestandteil des Deutschen Ordens und des Deutschordensstaats. Die Kommenden des Deutschen Ordens, welche die Konvente der Ordensritter und Ordenspriester darstellten, waren in größeren Verbänden zusammengeschlossen. Diese Verbände wurden Balaien genannt und sind mit den Ordensprovinzen anderer Orden vergleichbar. An ihrer Spitze stand ein Landkontur, der mit einem Provinzial in anderen Orden zu vergleichen ist. In Liefland unterstanden die Kommenden unmittelbar dem Landmeister in Liefland, der sich gegenüber dem Hochmeister eine weitgehende Unabhängigkeit bewahren konnte. So war er nicht nur unmittelbarer Oberer der Ordensritter und Ordenspriester, sondern auch Landesherr über Liefland. Da es keine Eintritte innerhalb des Landmeistertums gab, waren die Ritter und Priester des Meistertums Liefland stets aus den deutschen Balaien. Und zwar zumeist aus Westfalen und Niedersachsen. Diese regionale Exklusivität hatte Rivalitäten mit dem Ordenszweig in Preußen zur Folge und trug nicht unwesentlich zur katastrophalen Niederlage. Bei Tannenberg im Jahre 1410 bei Der letzte Landmeister Gotthard Kettler trat 1561 zum Luthertum über und säkularisierte das Ordensland. Am 28. November 1561 wurde er vom König von Polen, dem er den Lehnseits schwor, mit dem Herzogtum Kurland und Semgeln belehnt. Dem Meistertum Liefland unterstand auch der Hof des Deutschen Ordens in Lübeck. Das war's für heute.